Peter Pellegrini hat die Präsidentenwahl in der Slowakei gewonnen. Laut dem offiziellen Endergebnis der staatlichen Wahlkommission holte der prorussische Populist gut 53 Prozent der Stimmen. Er hatte sich im Wahlkampf dafür ausgesprochen, bei der militärischen Unterstützung der Ukraine vorsichtig vorzugehen. Sein Herausforderer in der Stichwahl, der pro-westliche Liberale Ivan Korchok, unterlag mit knapp 47 Prozent. Großer Jubel bei den Anhängern Pellegrinis nach einer langen Wahlnacht. Erst kurz nach Mitternacht tritt der neue Präsident vor die Kameras, bedankt sich bei seinen Wählern und Anhängern. Ich möchte ein Präsident sein, der natürlich auch unseren internationalen Verpflichtungen nachgeht. Aber in erster Linie möchte ich die nationalen Interessen der Bürgerinnen und Bürger der Slowakei schützen und vertreten. Pellegrini wurde von Premier Vize unterstützt. Ihm werfen Kritiker einen Kuschelkurs mit Moskau vor. Anders als Pellegrini hatte sich der liberale Oppositionskandidat Korchok im Wahlkampf für Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen. Noch in der Nacht gestand er seine Niederlage ein. Die Wahrheit ist, ich bin enttäuscht. Sehr enttäuscht. Aber als fairer Sportsmann und Politiker, der ich nun einmal bin, muss ich das Ergebnis akzeptieren und es respektieren. Die Richtungswahl zwischen Ost und West ist nach einem langen Wahlkrimi nun entschieden. Mit einer Rekordbeteiligung von 61 Prozent. Vereidigt wird der neue Präsident in gut zwei Monaten. Pellegrini als neuer Präsident der Slowakei. Was hat das für Folgen? Fragen wir meinen Kollegen Danko Handrik in Bratislava vor dem Präsidentenpalast. Diese Präsidentenwahl wurde ja als Richtungswahl bezeichnet. Wo geht es jetzt hin, voraussichtlich mit Pellegrini als Präsidenten? Dann noch in der Nacht war zu hören, in die völlig falsche Richtung. Zumindest sagten das Studenten, die extra aus dem Ausland hier nach Bratislava zum Wählen gekommen sind. Und sie sagten völlig frustriert, wir wissen nicht, ob wir in dieses Land noch einmal zurückqueren wollen, dass sich so in diese Richtung entwickelt. Auf der anderen Seite wurde gesagt, nein, in die völlig richtige Richtung. Zumindest aus dem Lager von Pellegrini und Premier Fizzo wurde das gesagt. Premier Fizzo meinte, diese Wahlen waren ja nun mal eine Entscheidung über unsere Regierungspolitik auch. Und das Volk hat unserer Regierungspolitik zugestimmt. Von daher sei doch alles okay. Dabei demonstrierten in den letzten Wochen Zehntausende je Woche für Woche in Bratislava zum Beispiel gegen eine umstrittene Justizreform. Mit dieser Justizreform, so der Vorwurf der Demonstranten, wolle Fizzo einfach sein kriminelles Umfeld, seine kriminellen Weggefährten schützen. Und Fizzo sagte gestern dann noch am Abend, nein, unsere Politik wurde mit diesen Wahlen bestätigt. Also sei das jetzt auch ein Weiter-so meiner Politik. Schauen wir gleich drauf, was Pellegrini denn konkret vorhat. Erst mal die Frage, wie groß ist überhaupt der Einfluss des Präsidentenamtes in der Slowakei? Naja, ein Präsident in der Slowakei hat vor allem auch repräsentative Aufgaben. Das ist ganz klar. Aber er kann dann zum Beispiel auch noch Gesetze aufhalten. Auch wenn er sie nicht stoppen kann, kann er sie aufhalten. Er kann sie zum Verfassungsgericht zur Überprüfung geben. So hat das auch Präsidentin Schaputova zum Beispiel mit dieser Justizreform gemacht. Das alles wird Pellegrini jetzt vermutlich nicht machen, sondern er hat diese Gesetze ja auch mit in der Koalition unterstützt. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die Benennung von Verfassungsrichtern zum Beispiel. Und da befürchten viele, dass man jetzt Verfassungsrichter benennen wird in Zukunft, die eher auf Fizo oder auf Pellegrini-Linie sind. All diese Aufgaben kann ein Präsident hier in der Slowakei wahrnehmen und kann so natürlich dann auch in die Tagespolitik eingreifen. Er nennt ja auch Minister. Und so hat Präsidentin Schaputova zum Beispiel einige Minister dann auch abgelehnt. All das wird Pellegrini nicht machen, weil er hat ja auch schon in den letzten Monaten ganz klar Vizos Regierungskurs unterstützt. Pellegrinis Wahlkampf-Slogan war ja, die Slowakei braucht Ruhe. Was meint er damit genau? Vor was braucht sie Ruhe? Die Slowakei ist schon seit Monaten gesellschaftlich tief gespalten. Ich habe die Massendemonstration, die es hier ja wirklich Woche für Woche ist, schon erwähnt. Mit Ruhe meinte er, er wolle das Volk wieder einen. Davon war gestern Abend bei seinem ersten Auftritt dann nichts mehr zu spüren. Da hat er sich eher als Sieger präsentiert und noch einmal seine Ansichten präsentiert, aber keine Einladung ausgesprochen, mit der er dann möglicherweise auch die andere Seite beruhigen könnte. Das Hauptthema war ja der Ukraine-Krieg eigentlich statt die innenpolitischen Themen. Und da hat sich Pellegrini als Präsident des Friedens dargestellt. Er hat gesagt, er ist gegen Waffenlieferung. Deswegen sei er für den Frieden und der andere sei für Waffenlieferung. Und deswegen sei er ein Präsident des Krieges. So populistisch wurde hier der Wahlkampf geführt. Das war das große Thema dann. Und Pellegrini konnte seine Wähler damit überzeugen. Also Pellegrini mahnt zur Vorsicht, wenn es um Waffenlieferungen an die Ukraine geht. Welche Rolle spielt die Slowakei denn überhaupt bei Waffenlieferungen für das Nachbarland? Also hier im Land wird immer wieder schon von der Regierung viel zu gesagt, wir lehnen Waffenlieferungen an die Ukraine ganz klar ab. Und dann wird hier schon ein wenig gescherzt, dass man sagt, es gäbe wohl zwei Robert Vizius, die die Slowakei repräsentieren. Der eine, der sich hier im Land gegen Waffenlieferungen ausspricht. Und der andere, der dann Waffenlieferungen auf EU-Ebene doch zustimmt. Und man muss auch wissen, die Slowakei ist natürlich auch Waffen- und Munitionsproduzent. Und Waffen werden natürlich trotzdem von der slowakischen Industrie, auch von staatlichen Firmen weiter in die Ukraine geliefert, wenn sie denn bezahlt würden. Und daran wird sich nichts ändern. Fürs Geld wird man auch weiter Waffen in die Ukraine liefern. Was heißt denn die Wahl jetzt für die EU? Es wurde hier im Vorfeld der Wahlen schon immer von einer Urbanisierung, von einem ungarischen Weg der Slowakei gesprochen, dass also dieser Robert Vizio einen ähnlichen Weg einschlägt wie Viktor Orban im Nachbarland Ungarn. Diesem Ziel ist Robert Vizio mit gestern einen Schritt näher gekommen. Er hat auch jetzt den Präsidenten an seiner Seite, kann somit leichter Gesetze durchbekommen. Ein nächstes Gesetz, das ansteht, ist, dass man hier zum Beispiel den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf Linie bringen will, dass man ihn in der jetzigen Form auflöst, neu gründet und diesen Sender dann auch als Regierung in der Hand hat. Das alles sind Punkte auf diesem Weg hin zur Urbanisierung, auf diesem ungarischen Weg. Stark fand ich bislang die Proteste der Zivilgesellschaft, also Zehntausende, die dagegen demonstrierten, die gegen die Gesetze immer und immer wieder auf die Straße gingen. Aber da muss man sich jetzt auch fragen oder fragen sich sogar auch viele Demonstranten, was hat es denn gebracht? Bei den Wahlen zeigte sich, die Mehrheit der Slowakei will einen anderen Weg. Also die Slowakei hat einen Präsidenten gewählt. Vielen Dank nach Bratislava. Danko Handrek. Bitte. Danke. 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 Vielen Dank.